Hey alle Survivalist da draußen und willkommen zurück zu Outlast Outlast, Outlast Oh, ein bisschen hell dort hinten What? What the fuck? Hört sich das an Da bin ich wegen safe hier drinnen Und jetzt nicht mehr safe, wow Oh Das war hinter mir Ja, das kann ich nicht mehr zurück oder was Jetzt verarschen Gehe ich jetzt lang Ich werde sagen, hier geht es nicht rein Ah, da hat er mal wieder eine Notiz gemacht Das ist ja okay, wir machen hier auch Okay Oh, da ist er was Ah Schieb 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 Aber, naja Sehen wir uns weiß selber So Oh Oh Ne Ist nichts Hallo Hallo Na Na Hm Geh mal hier hoch. Ach fuck. Ach man, ich will nicht da hinten hin. Da hat's irgendwie grad gekrabbelt. Was ist denn das? Hallo? Hallo? Oh. 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 Fuck man. Ich weiß sowieso was passiert. Oh. Oh. Scheint doch nicht. Bitte nicht wie eben. Bitte nicht wie eben. Bitte nicht wie eben. Oh. Okay, die geht schon mal nicht. Und die dürfte gehen oder? Und auch nicht. Okay. Na, da kann man ja nur noch da hinten hin. Hä, wo ist der? Na gut, der ist bestimmt da hinten durch die Türen abgehauen. Und hat sie verschlossen. Na ja, dann müssen wir halt. Hier mal kurz durch. Okay. Oh, eine Batterie. Nice. Ich hab so wenig Batterien. Ich brauch schon mal wieder ein paar mehr. Oh. 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 Whoa. Oh, bin hinterher. guck mal, ja, brauche ich nicht, aber egal projekt warrider ja was ist das in deutschland rauskommt wundert mich gerade willst es geht nicht auf bis jetzt mich wieder zurück oder ach so da oben haben wir ja was wo man jetzt rauskommt ob man jetzt bei ihm hier rauskommen schieb um mein leben schieb um mein leben macht die scheiße auf macht die scheiße auf nee 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 what the fuck holy shit wo ist das loch können die mir nachkommen intelligence wie ein scheißer augen fuck ja man jetzt muss ich jetzt zurück oder was und alles zu wenn wir es jetzt kann ich nicht schlagen er versucht jetzt machen ja und jetzt so ist das oder was aber die tür dahinten gehen noch gar nicht auf ich bin besen so ein bisschen gegen kloppen oder so hey buddies ähm da bleibt mir eine Schandans übrig außer da vielleicht auch mit durch zu gehen geht mal weg hier ich bin jetzt hier auf wir hier hoch oder was wo hm proben ob es hier lang geht Könnte die jetzt hier nachher kommen? Nein Dann bin ich jetzt wieder hier Das wäre sinnlos Geht es in die andere Richtung vielleicht? Schauen wir mal Ja Sind die da unten? What? Geht er hoch? Oh Ich denke doch die sind bei dem anderen Kerl und knebeln ihn ein bisschen Was soll ich denn machen? Och Geht doch da hoch Ach Spiel Geben wir noch ein paar Tipps Och was sind die denn gleich hier? Hab ich gedacht Scheiße Kann ich doch auch nichts machen oder? Ach Ach Mann Ne Ich glaube Motizen bringen wir hier nicht viel Ach Ach So steht da was Äh Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation Toll Wenn ich wüsste wie Wenn ich wüsste wie Oder habe ich den Schrank noch nicht weit genug Geschoben Das kann ich nochmal probieren ob ich den nochmal weiter schieben kann Jetzt nochmal schnell abhauen Aber eigentlich ich habe ja eben gesehen dass ich eigentlich weit genug weggeschoben habe Wenn es realistisch wäre aber Na ja Ich denke mal das kann es ja nur gewesen sein Ich denke mal das kann es ja nur gewesen sein Und das wars auch Ich würde sagen Das war doch wie Nein Schnell Schieeeep 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 Ich denk mal Ich hoffe mal ich bin safe dadurch Das heißt Schieeeep Ich würde es hier chillen kann Und gucken kann ob hier irgendwo es ist aber Aber nö, ist nöcht. Schieb. Und schieb. Und schieb. Wow, no. Nope. Schieb. Und schieb. Und schieb. Und schieb. Und hey. Alter, ohne Spaß. Wieso kam das in Deutschland raus? Jetzt bin ich mal gespannt, ob die das aufkriegen. Hm, yummy, yummy. Der Arm ist ja hier sogar. Weiß ich nicht, ganz ab oder? Mal halb dran. Na, gehen wir mal hoch. Oh, geht der zu, die Klappe? Hör, geht der. Hör, geht der. Hör, geht der. Hör, geht der. Du kannst nicht schlafen! Geh weg, mein Mann! Geh weg! Du bist blöd! Du kannst verdienen! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh, das wird scheiße. Wie halt hier lang? Oder auch nicht? Hä? Geht's denn lang? Hä? Bin ich verwirrt? Hm. Das muss doch hier runtergehen, oder nicht? Hä? Bin ich wieder blind? Und ich sehe den Weg nicht, wo wir lang müssen. Hier geht's nicht lang. Hier geht's auf jeden Fall auch nicht lang. Hm. Sind das Dinger, die runterklappen? Können wir vielleicht irgendwie was aktivieren. Rüberjumpen kann ich auf jeden Fall nicht. Das geht nicht auf. Das geht nicht auf. Hä? 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 Was ist denn jetzt? Wie soll's denn lang gehen? Hä? Das ist denn jetzt? Wo ist das lang gehen? Wo ist das lang gehen? Wo ist das lang gehen? Hat doch alles abgesucht. Kann ich da rüber springen? Nee. Ist doch eine unrierte Distanz, oder? Das ist ja super. Hä? Hä? Wo geht's lang? Ach, hier geht's lang. Wollte mich verarschen. So, wann kann man denn so weiter drüber? Alter. Was sind das jetzt hier? What the fuck? Wo bin ich denn? Sind die so ein Essenslift? Wow. Woah. Woah, woah. Shit, bro. Yep. What the fuck? Was sieht er denn aus? Ja, ich will raus. Ja, ich will raus. Doch, ich will raus. Nein. Ich will raus. Scheiß faggot. Schneid immer die Fingernecke. Alter. Hm, der Scheiß. Ich höre irgendjemanden schwer hecheln dort. Ich höre irgendjemanden schwer hecheln dort. Dörte mich. Aber ich habe diesen Schiff in die Hände. Ja, ich habe diesen Schiff. Ja, ich habe diesen Schiff. Ich bin nicht irgendein, aber ich werde den Schiff. Ja, ich habe den Schiff. Ich habe den Schiff, den ich so nicht ausgüribe. Oh Hi camera, skier Ich bin ein wenig von Bibel. Ich bin ein wenig von dem Mann. Aber ich bin ein wenig von ihm. Ich bin ein wenig von ihm. Das ist ein wenig von der Gäste. Es ist ein wenig von der Gäste. Es ist ein wenig von Gott. Gott hat mit dem Goldstein. Wir sind jetzt ein bisschen konkret. Du musst Paul holen. Peter, da gibt es keine andere Art. Alter. What the fuck? Ist denn... Nee, oder? Wieso schneidet er meine Finger ab? Wir haben eins abgeschnitten. Zeigefinger und Ringfinger. Wieso? 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 Wieso die? Wieso nicht alle? Ob ich meine Kerne noch halten kann, oder was? Jawoll. Alter. Lass mal die Kamera wieder nehmen. Und erst mal filmen, was ich gemacht habe. Schau, Mama Mita. Guck mal. Was ich nach dem Onkel Doktor gemacht habe. Yeah. Bist du stolz auf'ma? What the fuck? Sind das wohl coole Ameisen? Ich bin nicht ein Patent. 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 Wie gesagt, was auch ihr! Wieso? Was hat er verloren? Was ist denn mit ihm? Was ist immer noch nie? Ich bin nicht ein Patent. Oh. Wtf? OUCH! OUCH! The direct trigger. Mhm. Ich will sehen wie Trager stopt. Cool, können wir den irgendwo nicht hinstellen? Können wir den irgendwie töten oder wie? Wtf? 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 Und mal sehen, ob man dann Trager irgendwie in der nächsten Episode schon, was weiß ich, eine Falle stellen kann oder so. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Und man sieht sich wie immer im nächsten Video.